Das ist alles ganz cooles. Aaaaaah. Wen spiel ich denn? Oh, ich spiel voll kacke, voll die kacke, Leute, gerade. Oh nein, na voll, na, es geht. Könnte gar nicht so unkacke sein. Mal gucken. Ach, immer dasselbe. Oder das macht doch die Tausche, die sie... Lass mich drüber machen. Ach. Was steht denn hier? Legt diese Karte nach dem Ausspielen ab, entfernt die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Okay. Hm. Doch. Ne, dann passe mal. Puh. Ich bin am Zug. So, ja. Hm, alles gut. Ich hasse dich abgrundtief. Oh Mann. Hör auf, denn mit dem Schild. Ja. Ja. Ja, einfach mach mal was. Wo ist mir nämlich jetzt mein Typen wieder? Ja. Du holst mir, ähm... Ja, den. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Haha. Toll. Ich kann nur noch passen. Es tut mir leid. Also... Hör doch auf. Bitte sag mir nicht, dass der es gewinnt, oder? Ha! 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 Come on, bitch! Gib mir deine schönste Karte! So! Ström der Regen! Warum kriegst du Ström der Regen? Was soll ich damit? Ach so, Schei! Geh zu einem Schritt! Was soll ich denn damit? So, Freunde! Guten Tag! Kitty ist hier! Und so. Okay, die ist doch gering. Diese ein... Wie die... Oh, warte! Sind schon wieder Blut... Ich gehe erstmal hoch und gehe mal gucken, was hier um so abgeht.. Ich will wieder ganz Verzeichern... Ich bin schon aber kein Fan von, Freund. Was machst du mit dem Weibern hier? Wenn der Blutofenbett ist... Der kriegt auch die Gusche. Wart's mal ab, Freund. Ich komm jetzt runter. Ich box dich jetzt tot. Gerald, du musst jetzt die Treppe benutzen. Komm runter mit dir. Das speichern wir mal, bevor wir hier wieder hops gehen. Das sehen wir ja leider öfters mal. Okay. Oh, okay. Okay. Aua! Möchte noch jemand auf die Kusche kriegen? Nicht so? Okay. Das ist voll viel Zeug. Der hat Hühnchen dabei. Halleluja. So, Freunde, ich komm mal vorbei. Hey! Weltsch! Die End und so, my friend. Scheiße, ey. Der ist schon geringfügig pervers, hä? Was ist denn mit dem kaputt, Mann? Was ist denn ernst? Was ist denn mit dem, Mann? Ich bin, Mann! Was ist denn mit dem, Mann? Den Tod, Mann. Man fährt sich, Gerald. Los, risch ruf, risch ruf. Was? Was willst du? Hallo, Junior. Ich komme zu sprechen. Ich werde was du willst. Ich habe ein paar Fragen. Ich werde es alles erzählen. Ich bin ein kleiner Mann und ein wenig Vertrag. Ich weiß, dass du sie kennst. Ein Becher? Was? Cheier doct... Es hat sich eine Frau auf der Odechchen gleich처럼, ja, ja, ja. Er, das war... Ich, 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 ich weiß nicht. Du wirst jetzt an darauf achhen. Du wird dir die Wahrheit sagen. Du willst wissen warum? Ich werde nicht baufehl. Honest. Yes. Good. I'd like to know how the ashen-haired woman ended up meeting you, and what happened to her. What happened to her? She attacked me. Lie one more time, and I'll cut your balls off. We'd made a deal. I was to repair their magic filler watsit, that girl and the songster were to bring me Siggy Reuven's treasure. They didn't, so I might have flown off the handle a bit, I admit. What did you do? I nabbed their flunky, Dodo, and waited for them to come for him. Look, this. Here's what they wanted fixed. A phylactery? You can fix something like this? Not me. I know a guy. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Why did you happen to her? So, tell you, Freddy. Eww. Guck. 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 Und so fort. Okay. Mache ich Siri, komm, auch mit dir. Ich fände es echt cool, dass du nicht nur Geralt spielst, sondern halt auch wirklich so Siris Ecke rauskriegst. Beziehungsweise was sie so durchgemacht hat, während Geralt natürlich auf der Suche nach ihr ist. So, ich bin oben. Achso, ich muss da rüber jetzt. Das ist natürlich nett. Ah, ja, vielleicht. Okay. Ich sehe, du schießt gerade. Äh, was? Ich nicht. Guck mal rein. Und jetzt, mein Lieber Dodo, ich glaube, ich versuche eine andere Art. Ich bin froh und schütt mit dem. Du bist garmäh, Junior. Jön, jemand weiß dir das? Nein, ich sehe, ich bin gut. Ich will, dass ich mich kennenlernen. So you enjoy good company like to make new acquaintances you plan to introduce me to someone interesting there you are good of you to come I've been waiting for you hmmm do you want to do it? where is Ruvin's treasure? set your special powers up your energy your energy your energy will take you to your enemy hold your energy that you've already reached so okay oa oh oh what? a dudu oh 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 Ah, das war Dulu. Aua, nein, nein, Siri, nein, ich war noch gerade dabei. Oh, no, don't do it. Habt ihr gesehen, die haben mich einfach so, pff, pff, und weggemacht. Weggemacht, irgendwie. Krass dich. Wirklich geringfügig, sehr garstig. Not a fan und so. Ich bin kein Ventilator. Aua. Ja, ist doch gut. Ja, doch, ist in Ordnung. Ja, kennen wir schon, danke. Entschuldigung. Komm schon, in theory. Machen wir fertig. Unten sind noch Gegner. Warte, ich muss runter. Oh, yes. Oh, yes. Sind hier noch mehr unten. Okay. Oha. Hui. Chaka ching chang chung. Man wird sch... Sehr schön. Na, komm her. Na, komm her. Aua. Siri, komm. Los, jetzt mach den Fertsch. Und zerteile ihn das. So wollte ich das haben. Okay, komm. Ich glaube, wir können rausgehen. Okay. Das ist, was passiert. Ich habe dir gesagt, das ist die Wahrheit. Du, du, du. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Prick ist verraten. Da, ein Moment. Er ist zurück. Der nächste. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Einige die Mädchen hat sie in der Runde. Aber sie ist alive. Ich versuche es. Hast du noch etwas anderes zu sagen? Ich habe dir alles, was ich weiß. Alles. Du hast die Frau, die ich für mich bin. Du hast sie gegründet. Sie hat mich verletzt. Ich habe ein Recht, um mich zu schützen. Ich habe ihn gegründet. Ich habe das, was ich verdient. Ich habe die Begründung. Bitte. Ich werde nicht eine Geräte, was ich zu machen. Danke. Ich mache es auf dich, ich will. Ich werde es für mich sein. Ich werde mich sagen. Shut up. Jetzt, was du? Ich werde mich fragen, was deine Freunde von der Big 4 sagen? Wenn sie herausfinden, dass du für Radovid arbeiten müssen. Man weiß, was du für Radovid beschäftigt? Ich habe mich verletzt. Wie ist das? Bitt! Ich muss es nicht selber machen. Die Frauen haben aber echt hier zugerichtet, oder? Also guck dir das mal an. Der ist doch echt krank. Ich hätte ihn töten können, ja, aber naja. Lass es mal die anderen machen. Dann muss ich mir die Hände nicht schmutzig machen. Und so. Wo ist der Ausgang? Jo. Das ist gut. Ich habe immer noch mein altes Schwert. Ich muss mal mein Schwert nehmen. Erzähl bitte hier, was du über Dodo erfahren hast. Okay. Dann kommt doch hier, ihr Bitches. Ehrlich. Ihr seid so loserisch. Aua. Ist schon echt traurig. Möchte ich mal fast sagen. Äh, hier mein neues Schwert. Kann ich immer anziehen. Also, ah. Oh. So ein neues Hexerschwert. Guck dir an. Ich dachte, das wäre so ein normales Schwert. Das wäre ja auch extrem unspektakulär. Schönen guten Tag. Okay. Kein Ding. Okay. Okay. Was funded with donations from noblewomen. Ladies from the most prominent families gave up their jewellery. A spur-of-the-moment patriotic impulse. You're a homeless wanderer. Can't understand what it is to truly love one's country.